Das ist unsere Handpumpe. Da werden die Blowpans einfach aufgesteckt. Wenn der Kunde jetzt zum Beispiel Kindergeburtstag feiern möchte mit seinen Kindern und da kommen zehn Kinder und alle möchten die Blowpans benutzen, dann kann man wunderbar diese Handpumpe verwenden oder für Kindergärten. Einfach aufstecken und pusten. Lassen. Wechseln geht auch ganz leicht. Der weiße Stift aufsetzen und dann lässt sich die Farbe verändern. Der weiße Stift aufsetzen. Das ist unsere Handpumpe. Vielen Dank.